Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Ausgewandert nach Polen. Und was sich dieses kleine kurze Video jetzt dreht, seht ihr gleich nach meinem Intro. Also bleibt dran! Ja, hallo und willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, darum abonnieren, Glöckchen drücken, zwei Mausklicks. Und ihr verpasst keine Videos, besonders auch nicht die Folgen, die ich jetzt einmal kurz vorstellen möchte. Ja, Auswandern nach Polen. Was gehört dazu? Mut? Gehört auch etwas dazu. Ehrgeiz? Auch. Der Wille, dass ihr wirklich auswandern wollt nach Polen. Das gehört auch dazu. Aber was wichtig ist, die Sprache. Polnisch ist eine sehr schwere Sprache, aber zugleich auch eine sehr, sehr schöne Sprache. Ihr seht gleich ein paar kleine Ausschnitte, wie sich Polnisch anhören kann. Und dann werden wir eine Film-Doku, Step by Step, pro Woche zwei Teile hochladen. Ja, Entschuldigung. Ihr könnt lernen, ja, die polnische Sprache. Hört euch die Sätze auf Polnisch an, die werden auch alle auf Deutsch wieder übersetzt. Ja, die Film-Doku ist sehr schön, bringt auch richtig Spaß zuzuschauen. Ja, ähm, da ich mir die Erlaubnis geholt habe, um diese zu veröffentlichen, ja, werde ich auch nichts ändern. Ich werde sie auch nicht in HD hochladen. Diese Filme oder diese Serie ist nur in SD. Wann es genau losgeht, werdet ihr sehen, wie gesagt, wenn ihr abonniert und das Glöckchen drückt. Ja, guti, ähm, um die Zeit jetzt, ähm, werden wir in Danzig sein. Dieses Video schon vorgedreht, wie viele Videos von mir. Und werden, ich hoffe, das schöne Wetter in Danzig genießen. Übrigens, ähm, morgen am Freitag um 18 Uhr, pünktlich um 18 Uhr, werde ich ein Video hier aus der wunderschönen Stadt aus Danzig oder Polnisch auch in Glansk hochladen, veröffentlichen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, also, jetzt hier ein paar kleine Ausschnitte, was euch erwarten tut. Ja, und demnächst werde ich mal wieder ein Facebook-Livestream starten. Ja, und dann könnt ihr wieder Fragen stellen, die ich euch dann wieder beantworten werde. So, zugleich, Entschuldigung, das Flackern, das ist nämlich gerade mit dem Handy auf, das Video. Ja, ich habe keine Lust gehabt, die Kamera jetzt anzuschließen, ähm, weil sie eingepackt ist für Danzig, ja. In dem Sinne, schaut euch die Bilder an und wir sehen uns morgen am Freitag zu dem Video aus Danzig und dann am Wochenende nochmal zu einem neuen Video. Bis dann, auf Wiedersehen, tschüss und do Vigiene. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Dąbrowska, jestem z Gdańska. Guten Tag, ich heiße Małgorzata Dąbrowska, kurz Małgosia oder Gosia oder Gośka. Ich bin aus Danzig. Ich treffe mich gleich mit meinem guten Freund Hannes hier auf dem Hauptbahnhof in Stettin. Wir wollen ein paar Tage zusammen Urlaub machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein Name ist Hannes. Ich bin Janek, oder Jan, oder Jasiu. Ich bin von Greifswaldi. Herzlich willkommen zu unserem Viele Lernen Sprachkurs Polnisch. Schön, dass Sie uns ein wenig durch Stettin begleiten möchten. Wir wollen versuchen, Ihnen den Weg in die polnische Sprache ein wenig zu ebnen. Unsere Erläuterungen und Übungen zwischen den Spielszenen sollen Ihnen helfen, polnisch zu sprechen und zu verstehen. Und nun viel Spaß und Erfolg beim Zuschauen und Lernen.